ja hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren let's play und zwar prototype nummerung eins ein spiel von 2016 wie wir hier sehen ein open world game in dem es darum geht im prinzip möglichst viel chaos zu stiften so habe ich das zumindest immer gespielt ja also es ist im prinzip ein open world superhelden game nur dass man halt keinen superhelden spielt sondern eher auf böse als augen schon richtig aber irgendwie eher so ein antiheld sage ich mal war ein neues spiel an ihr kennt mich spiel auf easy weil ich bin ein alter mensch ja neuer spiel stand und so weiter experiment with combos try each power and attack against different muscle if one approach isn't working try another different powers different weapons are more subtle approach involving the skies experiment to discover the right tool for the right job oh hey ja das sehen wir dann schon ich bin Alex ich bin Alex Ich bin ein Mercer. Ich bin der Grund für all dieses. Sie nennen mich ein Körner, ein Monster, ein Terrorist. Ich bin all diese Dinge. Drei Wochenende, jemand released ein Lethal Virus in Penn Station. Ich bin in der Morgue. Jetzt habe ich sie. Ich töne. Ich konsumiere. Ich werde. Ich will herausfinden, wer das für mich hat. Und ich werde ihn bezahlen. Ghost 3-9 zu Gron. Du hast ein Target in Sight. Over. Das ist negative. Hilfe! 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 Kalkers, open up! Sie sind mit! Du bist gut! Ihr mit mir! Sie sind mit ihm! Sie sind mit ihm! Wir soient Clear. Los geht's! Wir sind mit uns sehen! Sie sind mit mir! Sie sind mit ihr. Das war's für heute. Das hat's eigentlich schon ganz schön zusammengefasst. Im Prinzip ist Prototype das, was Venom sein könnte, wenn Sony sich nur trauen würde. Also ich meine, das mit den... Komplett... Komplett verwandeln, das ist natürlich nicht Venom, aber... Aber man sieht das im Prinzip schon... Dass das hätte mal ein... Vielleicht sogar als Venom-Spiel angefangen hat. Und dann die Lizenz nicht gekriegt. Okay. Das war's für heute. Das ist wirklich schön, um erstmal zu zeigen, was kann man eigentlich... Oder was wird man mal können? Und jetzt erstmal noch ohne... Ähm... Groß... Erklärung, einfach mal... Und drauf, voll erstmal Spaß. Das war's für heute. 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 Ja. Das war's. LBG, send in the Strike Squad. Strike Team to Zebra Grid. Ground Team, set up smoke. Over. Locked on target, requesting learns to... Ah! Hold on! Fuck! Mayday! Mayday! RC, this is it! We are going in! Laser range, stable at the speed. Conferred. That's Tornado 5. Confirmation has nearly fucking crashed. Over. Thank you, Red Crown. I am initiating Strike Run. Time to end this. Now, we're to you. We have less than an hour. What's next? The last person responsible for all of this dies tonight. If we make it out of here, you think you're ready? I was made for this. Prototype. All rights to me, sir. Okay. So ein kleiner Teaser am Anfang, was irgendwann mal möglich ist. Aber dann natürlich 18 Days Earlier. Stellen wir fest, okay. Wir haben noch nichts. Gentec Mord. Hey, I knew this guy. He was Blacklight. Yeah. Well, now he's ex-Blacklight. His name is... Mercer, Alex J. Next of kin, Mercer Dana A. Is that his wife? I don't know. Do you think this has anything to do with the test subject on 51? I have no idea. And even more, I don't want another. Just give me the 8-inch blade. We'll start by going through the torso. Get the fuck out! Get the kill team in here now! Whoop whoop. Move, move, move! Move, move, move! How the hell are we?! I'm all dressed. Gehen Sie auf, der fucking Torchkirchen! Was sind wir? Halt, Leute! Wir haben die Torchkirchen! Wir haben die Torchkirchen! Wir haben die Torchkirchen! Geh sie runter! Was ist mir passiert? Ich habe ihn! Das war leicht. Was ist es? Neum. Ich muss hier rauskommen. Ich kann es nicht mehr auswählen. Es ist halt so schön, wie man quasi in einem GTA-artigen normalen Logg startet. Und wie es dann halt immer abgefuckter wird über den Verlauf des Spiels. Das Ding ist, ihr kennt mich. Ihr wisst, ich liebe Open Worlds. Und das ist halt ziemlich genau... Genau. Und das ist halt nur ein eigenes Teilpartner. Überraschend. Was würdest du an mich nehmen, oder? Was willst du von mir? Targeting, ne? Also das ist ziemlich genau mein Jam. Durch eine Open World, von Mission zu Mission. Abarbeiten klingt so falsch, weil es keine Arbeit ist. Das macht ja Spaß. Und, y'know. Also, use targeting to logon to an enemy. Targeting is especially useful when combined with thrown objects, firearms, or jump battalions. Bring the desired enemy interview, then press L2 to logon. Willow, ich wived 3-2-3 auf der Hand. Und dann fuhren! Komm schon! Waren ja sein Kollege! Das Triversal in dem Game ist halt auch geil Ist nicht ganz Spider-Man-Niveau Aber das ist halt Ähnlich, sag ich mal Und es ist Damals gab es halt ein Spiel Das ist zu einer ähnlichen Zeit rausgekommen Das kann ich eigentlich nicht auf Pause drücken Was, wenn ich pausieren will? Ach ja, muss ich da drauf drücken Spannend Ein ganz ähnliches Spiel, das rauskam In Famous Und das hat den Sprung leider nicht auf die PS4 geschafft Aber zum Glück gibt es hier diese Biohazard Collection Von Prototype 1 und 2 Deswegen kann ich diese Spiele streamen Was mich sehr freut Was ich jetzt da auch gleich weitermachen will Now I gotta kill them too Now I gotta kill them too Wie die XP reinfliegen Das ist die Spiele Die Spiele sind Die Spiele sind Sie haben die Spiele Die Spiele sind Terminated. Shit. Das war so einfach, ja. Das war so einfach, ja. Lording. Consuming. Consume any creature to gain health. Health regenerates if you avoid damage for a short time. Press Kreis to grab a Blackwatch Commander. Press Dreieck to consume. Consume any... Achso. Report! Where the fuck is the target? Don't move past me! Fucking goose-stepping motherfuckers! Who gives your mother with that mouth? Roger. 2215 Christopher Street. Apartment 15A. Got it. Saddle up. You got a CP. Move it! My sister. You knew where she is. I-I know where she is. I need to find her. Dana. Dana. Hopefully she'll be able to tell me something. Anything. Where was that? Yeah. Tag. It's bad. What is viewers Reich hand! It's so the beauty. It looks nice that you can balance all the Time. ...verdächtigkeitsnoten haben. Also es dauert bis die Leute aufhören. Moment! Ein normaler Soldat... der kann doch gar nicht so durch die Straßen wandeln. Und fliegen... na ja, fliegen kann ich dann auch nicht. Das ist halt schon geil. Ich sollte nicht immer alles erzählen, was dann sowieso gleich nochmal im Tutorial passiert. Genau, Disguise. Auf der Seite des Minimap ist der Disguise Meter mit der Schutte an der BOTTOM. Wenn die Schutte ist offen, du bist beobachtst. Wenn die Schutte ist offen, du bist beobachtst. Wenn die Schutte ist offen, du bist beobachtst. Das zeigt, dass die Militärer Units in der Lage sind. Und die Schutte will engagieren Sie auf Sight. Wenn die Schutte lose sight of you, die Disguise item slowly drains. Stay out of sight, until die Icon ist empty. If you have a grey form in your Disguise slot. And I currently unsee, the switch icon appears. Press left to safely change force and evade your enemies. This is the best way to quickly get the military off your back. Enemies that cannot see you are white on the minimap. Enemies that can see you are yellow. Enemies that are alerted to your presence are red. So. Hi. Ne, das ist normal. Das ist normal. Das können wir morgen alle. Ja, sie sind jetzt nicht die allerschlauesten, aber... Ich brauche deine Hilfe. Jesus. Ich wusste, was etwas zu tun, was in Gentech passiert. Was ist mit dir passiert, Alex? Ich habe die ganze Organisation für die ganze Organisation für die Wochen. Ich habe mich überrascht, um dich die Informationen zu bekommen. Nicht wahr? Du wolltest wissen, was passiert, was auf die höchste Ebene ist. Was ist das Jet Tech? Alles über die Direktor hat sich recherchiert. Ist dir okay? Do you know, was ist passiert? Ich habe nicht gesehen, in fünf Jahren. Nicht bis du auf meiner Tür kam. Ist es ein Ort, wo wir gehen können? Ja. Ich weiß ein Ort. So, come in. Es ist ein Freundsplatz. Sie sind für ein Jahr. In Patagonia oder so. Any idea what this all means? Nein, aber ich werde wissen. Das ist eine Geschichte der Zeit, so jemand wird wissen, was hier passiert. Sie waren für mich, in meinem Platz. Es ist so... Es ist definitiv eine Worte. Where do I live? Da. You'll be here when I get back. It's best you stay put. We'll probably come in the city for both of us. Ja. I'll be here. Mission complete. Ha. Das klebt doch noch eine... solide... äh... Mission Statistik. Das gleiten... fehlt schon arg. Am Anfang gibt ja noch gar nichts. Aber das Durchbinden ist halt auch schon geil. Oh no... Ah. Der ist eine Böcke. Der ist eine Böcke. Das ist eine Böcke. Riesstörfer. Das ist eine Böcke. Oh no... Oh no... Oh no... Der ist etwas zu machen. Ich werde mich auf dem, Oh, shit! Wenn man halt das Spider-Man noch ein bisschen in den Fingern hat, dann will man halt jederzeit losschwingen, aber... ...weil... ...Target is in the building! ...Target is hot. Light it up. He's the one. ...Target in the open! Strike Team. The enemy is radioing a Strike Team request. Strike Teams are fast-moving aerial units that will pursue and engage you. Kill the enemy before they complete the Strike Team request and you cancel the Strike Team deployment. ...A Strike Team is inbound in your position. Escape the area before they arrive or assume a disguise before they arrive. If a Strike Team locates you, destroy or evade it for a pay bonus. ...Target is active. By the numbers, Field Team. ...Beginning orbit of target area. Over. ...Geurys quelques 2 ... lo знаем ... ... ... ... ... ... ... Was ist Ihr Status? Respond! Schnell down! Two Royals! No! 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 Und zack! Ganz unauffällig! Was? Ich dachte ich soll den Typ mit dem Panzer verfolgen! Schock 3, Red Crown. Hostile has gone dark. Over. All Sigma units converge on Central Park for immediate extraction. Okay. Target has gone dark. Command. Over. Auf. 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 Die Web of Intrigue ist Ihr Interface, die die Web of Intrigue ist. Die Web of Intrigue ist die Web of Intrigue ist die Web-Target. Die Web-Target ist die Web-Target. Use L to move from node to node. This node is the memory of a consumed target. Press X to play the memory. When the memory is playing, press X to skip the movie and turn to the Web-Target interface. This is a preview node. Hunt the person down and consume them to unlock the memory and other nodes. Press options to enter or exit the Web of Intrigue. Okay. Aha. Revisit the Web of Intrigue to replay memories and compare connections. I can see what he saw and know what he knew. His memories are my memories. Moment, jetzt muss ich aber doch mal gucken. We need to keep the discussion high level. We need to know what we're dealing with on the ground. Its effect is variable. When it does manifest, it makes the Idaho Strang look like the common cold. I don't need to remind you gentlemen how close we came to the point of no return in Idaho. Mercer's body is a bomb, filled with this weaponized pathogen waiting to go off. And now it's loose in the city. Bring it in no matter what it takes. I'd say dead or alive, but I'm not sure if those classifications fit Alex Mercer any longer. That was fantastic. When we hunt, we kill. No one is safe. Nothing is sacred. We are Blackwatch. We are the last line of defense. We will burn our own to hold the red line. It is the last line to ever hold. Not good. We have young people come here. Not good. No good. No good. Anyway.. Er... Om nom nom nom... 3 Civilian Casualties und 2 Events Unlocked 4 Civilian Casualties und 3 Events 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 5 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 Civilian Casualties und 4 Events 5 Civilian Casualties 5 Civilian Casualties 5 Civilian Casualties und 4 Events 6 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 Events 8 Events 6 Events 6 Events 6 Events 7 Events 7 Events 7 Events 7 Events 7 Events 7 Events 8 Events 8 Events 7 Events 7 Events 7 Events 7 Events 8 Events 8 Events 8 Events 9 Events 9 Events 9 Events 9 Events 9 Events 9 Events 8色 Das Geheimnis will normalerweise über die Strecke des Femmes dem Annihilfe und der Erwachsen ist der Strecke des Femmes. Wenn man die Strecke des Femmes über 4,5% des Femmes gewert. Das Geheimnis wird gewartet und der Strecke des Femmes gewert. Ich will nur einen gewissen Strecke den Femmes. Flying Kickboost Sprinting Grab Im vorbeispringenden Leute schnappen Das Sprint Speed kann man vielleicht noch hören Dann sind wir mal ausgestattet Defensive Powers, genau, hold L1 für das Power Select Wheel Und dann auswählen Defensive Powers, enhance your survivability through increased damage resistance Shield Power, shield is a defensive power that soaks up and will shoot down Glide is the fastest way to get around the city Combine Glide with Airdash to maximize your movement abilities Genau You are now in free roam mode, head to the marker of the movement to acquire a mission Ja, nice Oder vielleicht doch erst das Reihen versuchen Ne, da wollte ich hin Schau mal, die sind so weit weg Ja, es ist ja fast am anderen Ende der Stadt Ne, da bleiben wir bei der Hauptmission Die anderen können wir dann nicht mehr machen Sorry, sorry Dann erzähl doch mal Dann erzähl doch mal Dana's Safe House, Midtown West Du findest Jesus Christ, don't do that Sorry Okay, uh, your apartment? There's nothing left there Well, it doesn't matter, I've been looking at your laptop Laptop? Yeah They came in a package the day after you went AWOL Look I've seen that girl before Well, it makes sense There are only two names in the file One is yours The second is this woman, Elizabeth Green She's still in isolation at the Gentech building Do you know who she is? Hey, whoever she is, she knows more than I do Thank God She's just a girl What kind of fucking monsters are these people? I can't remember Blackwatch Headquarters Red Crown Command Battery Power Axiom will sweep to the river Rimstone will encircle the entire sector And obtain anyone moving through the area I want this contained by daybreak Sir, there are nearly 100,000 people in the blue zone I'm not interested in excuses Get it done We have a situation I think your team is well suited for, Captain How long until your men are in place? We're prepped and waiting for orders We could be wheels up and boots on the ground Anywhere in the city in 15 With respect, sir A suppression operation in the city of 12 million Is slightly more than my men can handle The situation has already evolved, Captain You're not participating in the containment action Your team has a single target Alex Mercer, code name Zeus He's carrying a new strain He's eliminated 50 of my men And smashed through a two-foot steel door You interested? I'm your man, sir I don't need to tell you what's at stake No, I don't Oh, was ist das? Landmark Collectible Yay, Collectible! Ich bin sicher, ich bin nicht so schlimm. Ich bin sicher, ich bin nicht so schlimm. Oh, was ist das? Aber es wird ja noch immer besser, immer schneller, immer flowiger über die Zeit. Ich muss jemanden, der wichtig ist, um in diese Facilität zu finden. Okay, das sollte mich zum Perimeter kommen, aber ich glaube, dass es genug ist, um mich zu entdecken. Ich brauche jemanden mit ranken. Da ist die Detektoren dahinten. Ja, ja, ja. Ich bin ein Faschini, lebe mich alleine. Ich bin ein Faschini, lebe mich alleine. Ich bin ein Faschini! Red Crown, negative visual, we've lost him. Wieso läufst du da jetzt rum? 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 Wieso läufst du? Wieso? Ja. Wieso läufst du? 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 Ja 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 So. The time for waiting... is over. I don't understand. I am your mother. Some zombies are coming into the game. Yeah. So. 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 Sie kommen und ich kümle. Wir brauchen eine solche Zeit. Ne, falsch. Upgrade-Menü haben sie gesagt. Ach so, die Dive-Roll könnte ich öfters mal benutzen, stimmt. Klaus-Bauer. Required. Adrenalin Surge. The ultimate survivability safety net is your health is almost ganglionem moment of invulnerability and access a single devastator attack, uses wisely, ja natürlich hues ich das. Catch your breath and get back into the murder game. Adrenalin Surge triggers just before you'd normally die, awarding a brief moment of invulnerability and the opportunity for one free devastator attack. Combine both of these advantages to turn the table on your foes. This is how they turn tables. And finish them before they do the same to you. Noooon! Ich wollte sie dort konέλnings schürmen. Warte nombre мне! Wait! Du bist Nund. Sah! Ich war in der Combo drin. Get a firefighting crew in here! Fire by the fuel dump! We may have created these things, but I'll finish them. Oh, wait a minute. Have I now? Ja Ja, 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 ja! So, komm her 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 Motioned D discomfort 20 Upgrades Unlocked, 3 Events Unlocked und nur 3 Civilian Casualties. Upgrades, zeige mal. Health Boost, nice, Arbeits, Wadamon Powers, Claw Power, Ground Spike, oh yeah, Fensile Powers, Hammer Fist Power, mit 2 und Wadamon HD raus. Das war bis jetzt jetzt ein ein Riesenproblem, Ground Shutterм... Four Alfred Scott, Spreaker Twill... Stealth Consume. Stealth Consume ist sehr wichtig. Das ist sehr, sehr wichtig. Wenn man hinter einem Menschen steht. Genau. Stealth Consume allows you to consume unsuspecting prey on the fly. Sneak behind your prey. Press R1 to open the disguise menu. Stealth Consume Indicator. Press the Stealth Consume. Artillery Strike. Hijacked Armored Vehicle. Wann haben wir hier ein Armored Vehicle? Okay. Jakob Ground Spike. Das ist schon sehr nice. Ground Spike allows you to channel biomass below ground level and then pierce an opponent from below. Ground Spike is excellent against tight concentration of weaker enemies or slow moving ground based enemies such as Armored Vehicles. Combined with Targeting to Strike with Pinpoint Accuracy. Charge Fights with Damage. Upgradable for larger spikes. Cool. Ja, ansonsten haben wir jetzt ja nicht viel mehr XP. Ochlo, ich chill doch mal ein bisschen. So. Schauen wir mal auf die Map. Da haben wir jetzt schon ein bisschen mehr freigeschaltet. Aber ich sehe gerade, wir sind wieder am Ende der Folge angelangt. Dann bedanke mich soweit fürs Zugucken und wir sehen uns beim nächsten Mal bei der nächsten Folge Prototype. Ähm, bis dann. So. Vielen Dank.